Was ich ja zum Beispiel persönlich an diesen ganzen Disney-Filmen mich immer nervt, ist, dass sie eine total vorhersehbare Erzählstruktur haben. Also es geht immer so nach diesem Schema F. Erstmal werden in den ersten halben Stunden des Filmes die ganzen Helden vorgestellt und so ein bisschen ihre Beziehungen untereinander ausstrafiert. Dann freunden sie sich an und es geht ihnen voll gut. Dann kommt meistens irgendein Krisenkonfliktfall, wodurch sich die Helden zerstreiten. Doch dann überwinden sie ihre Unterschiede, schließen sich wieder zusammen und überwinden gemeinsam das Böse und es gibt ein Happy End. Ja, würdet ihr sagen, dass das Schema hier wieder reingehauen hat? Hat das Disney-Erzählschema bei Zootopia zugeschlagen? Also zu einem gewissen Teil würde ich sagen schon. Sie hatten den Konflikt, sie haben ihn gelöst und hatten ein Happy End. Allerdings haben sie einiges intelligenter gemacht, als ich erwartet hatte. Das hast du, als wir den Film gesehen haben, ziemlich toll hervorgehoben. Also würde ich sagen, erzähl mal, was du da so gemeint hast. Natürlich, ich dachte, dass der Film sich schon nach ungefähr zwei Dritteln auflösen würde, weil das wurde so ein bisschen so als die Konfliktauflösung dargestellt. War dann aber eigentlich so nach dem Muster der Drahtzieher des Übels ist eigentlich jemand ganz anderes präsentiert. Ja, hat es dann dir getaugt, Shinto? Ich meine, wurdest du gut unterhalten? Hast du da Ansprüche oder sowas? Oder lässt du einfach dich auf die Fahrt ein? Nein, im Grunde lasse ich mich immer auf die Fahrt ein, aber ja, das kann ich auch unterschreiben. Zootopia war da auch ein bisschen anders strukturiert wie ein normaler Disney-Film, wobei sie am Ende, die Auflösung war wieder typisch Disney. Da sind sie ein bisschen ins Schema zurückgefallen, aber... Ich würde sagen, ja, das letzte Drittel, das war so eindeutig das Kinderfreundliche, weil ich kann genau sagen, ab der Stelle, wo die Pressekonferenz ist, ist der Film in Disney-Muster zurückgefallen, finde ich. Weil da wurde er extrem vorhersehbar. Ja, gut, was... ja... ja... schon ein bisschen. Sie hat sich halt, während sie sich so in zwei Dritteln doch relativ realistisch verhalten haben, ist ja halt ab der Pressekonferenz dieser Patzer passiert, der mehr oder weniger jetzt... Okay, was hat sie sich jetzt eigentlich dabei gedacht? Die hat sich da total in irgendwas hineingesteigert. Und dadurch kam eben dieser vorhersehbare Konflikt zwischen den Charakteren, die haben sich dann zerstritten und dann kam der Bösewicht und er wurde mächtig und sie haben wieder zusammengefunden. Und ja, fand ich ein bisschen schade, aber wie du, Shinto, ja schon richtig angemerkt hast, primär ist es ja ein Film für Kinder. Und da kann man natürlich nicht mit super komplizierten Schwarz-Weiß- oder Grautönen und komplexen Erzählstrukturen daherkommen. Die müssen es ja auch verstehen irgendwo. Ja, wobei sie den Grad ziemlich gut getroffen haben, also den Ausgleich zwischen ein bisschen komplexeren Sachen und dann wieder einfachen Erzählstrukturen, meiner Meinung nach. Und was wir ja vorhin schon ein bisschen vorweggenommen haben, diese kleinen Elemente, die die Erwachsenen auch unterhalten sollen im Publikum. Was sind da an euch so zum Beispiel so an Easter Eggs aufgefallen? Ja, und wie gesagt, mal an dich, Eddie, was sind dir da so aufgefallen? Was ist bei dir so Easter Egg-mäßig am meisten im Gedächtnis hängengeblieben? Also ich muss dazu noch sagen, wie Shinto schon meinte, als wir den Film angeschaut haben, wenn man den Film immer wieder anguckt, sieht man immer wieder kleine Details, die einem davor nicht aufgefallen sind. Zum einen sind mir beim ersten Mal ansehen, wir haben ihn bisher nur einmal angeschaut, folgende Sachen aufgefallen. Ein Easter Egg von Breaking Bad war zu sehen, das heißt, ein Typ, der in einem Labor ist, in einem Drogenlabor sogar, Disney-like, der dort halt am Werkeln ist und dann fallen die Namen Walter und Jesse. Das ist ein eindeutiges Easter Egg von Breaking Bad. Außerdem hat er diesen gelben Schutzanzug an, inklusive Atemschutzmaske. Genau das, also so wie in Breaking Bad, als sie in ihrem Wohnwagen sind und ihrer Arbeit nachgehen. Was mir dann noch aufgefallen ist, was auch sehr offensichtlich war, eine Referenz zu der Pate, wobei ich den Protagonisten für den Paten ziemlich lustig fand. Der Mr. Big, genau. Der von einer kleinen Spitzmaus gespielt wird. Ja, man sieht dann so, wie immer ein größerer Eisbär reinkommt und denkt sich, ja, okay, der Größte wird jetzt Mr. Big sein. Und dann sitzt halt so eine kleine Spitzmaus auf dem Schreibtisch und das ist dann der echte Mr. Big. Fand ich lustig. Ja. Also ja, dass eine offensichtliche Anspielung auf Marlon Brando in der Pate ist, was auch recht cool ist. Oder auch zum Beispiel, dass es da eine Dialogzeile gibt, die sehr offensichtlich auch Frozen anspielt. Ob, wenn man jetzt nur singt, alle Wünsche und alle Probleme sich von selber lösen. Was ja in Disney-Filmen etwas ist, was ich auch zum Beispiel sehr gerne kritisiere, weil mich schon als kleines achtjähriges Kind diese gesamten Gesangseinlagen wie in einem Musical furchtbar auf den Piss gegangen sind. Und ich fand das sehr schön, dass es in Zootopia keine kitschige Gesangsstelle gab. Hat mich schon immer gestört. Aber ich bin auch ein grauer, zynischer Sack. Ja, ich denke, so eine Gesangsszene hätte auch nicht wirklich so in den Film reingepasst. Wenn du gerade von Frozen redest, man sieht auch im Laufe des Films zwei Elefanten, die Eis laufen, die die Kostüme von Elsa und ihrer Schwester anhaben. Und es fällt auch die Zeile, man muss sagen, wir haben den Film in Englisch angeguckt, damit wir die Wortwürze auch mitbekommen, fällt auch die Zeile Let It Go, also auch eine Lyric-Zeile aus dem Lied von Frozen. Und was auch zum Beispiel eine ganz nette Szene ist, als ein Schwarzhändler quasi illegal gebrannte DVDs verkauft, die auf ihren Covern quasi so in diese Tierwelt geportete Versionen der großen Disney-Animationsfilme wie zum Beispiel Wreck-It Ralph, Rapunzel oder Big Six hat. Das ist auch ein nettes, kleines Detail und zum Beispiel, dass hier auch Frozen 2 steht, wodurch es natürlich indirekt angekündigt wurde, wenn es nicht schon bereits geschehen ist. Genau, es diskutieren ja viele Leute in Foren und so weiter, dass es schon sehr erwartet wird und sehr wahrscheinlich ist, aber das ist jetzt wieder ein weiterer Punkt, der das halt irgendwie anfeuert. Ein allerletztes cooles Easter Egg, das immer in Disney-Animationsfilmen vorkommt oder das überhaupt in allen möglichen Animationsfilmen vorkommt, ist der A113-Gag. In vielen, vielen Cartoons taucht irgendwo im Film immer die Buchstaben-Zahlen-Reihenfolge A113 auf. Das spielt darauf an, dass viele Animateure zur gleichen Animationsschule gegangen sind und dieses A113-Klassenzimmer eben, ich bin mir nicht sicher, entweder ihre Abschluss-, ihre Hauptseminare oder ihre Einsteigeseminare waren, von denen sich natürlich auch die ganzen Animateure so erkennen. Und ja, dieses A113 hat natürlich auch seinen Weg in Zootopia gefunden, wo es auf dem Nummernschild des Fuchses Gideon ist, der dann später einen Sinneswandel durchlebt hat. Aber um zum Schluss zu kommen. Gut, Easter Eggs hin und her, wir können da stundenlang drüber reden. Vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich noch sage. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare auch noch schreiben, wenn euch was aufgefallen ist. Zum einen existieren sehr viele Verschwörungstheorien, ja, tatsächlich Verschwörungstheorien über den Film, da zum einen die Zahl 6 sehr oft vorkommt, da zum anderen die Bösewichte ein Widder auf ihrem T-Shirt haben, was ein Zeichen von Baphomet sein soll, und der Zahl 666, also der Number of the Beast. Du hattest ja heute echt Spaß, die ganzen Verschwörungstheorien zu lesen. Ach ja, da hatte ich wirklich Spaß, aber teilweise richtig absurd, was da alles dabei stand. Ich möchte jetzt nicht noch näher drauf eingehen, guckt es euch an, ihr findet es bestimmt auf Google oder sonst irgendwo. Ansonsten ist hier jetzt aber die Frage, wir hatten ja mit Erwartungshaltungen angefangen, und ich würde sagen, man sollte das mit einem Gesamtfazit zu Ende bringen. Da gehe ich mal mit gutem Beispiel voran, muss sagen, ja, da ich eher mittlere Erwartungen hatte, hatte der Film sie doch klar übertroffen. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass das letzte Drittel nicht so gehinkt hätte, erzähltechnisch, aber, mei, man kann nicht alles haben. Ich würde auf jeden Fall die Fortsetzung davon gerne ansehen. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe versucht, neutral an den Film ranzugehen, obwohl ich halt die Erwartungshaltung hatte, dass es einfach, ja, ein weiterer Disney-Film ist, und muss sagen, ja, ich war eigentlich gut unterhalten, muss man sagen, hatte viel zu lachen, und es waren auch einige tolle Plotwists dabei, wie beispielsweise mit der Blume dann am Schluss und mit den Bären. Ja, also ich freue mich auch auf den zweiten Teil und denke auch, dass der auf jeden Fall rauskommen soll und wird. Was ich noch sagen möchte ist, alter Schwede, die Grafik. Ich hatte am Schluss wirklich Augenschmerzen von diesen Ultra-HD-Farben und so weiter, da muss ich echt ein Dope an Disney rausbringen, die machen richtig gute Qualität. Ja, da kann ich mir den zwei nur anschließen. Meine Erwartungshaltung war natürlich ein bisschen höher, aber nichtsdestotrotz haben sie es voll erfüllt, wenn nicht gar übertroffen, und ja, ich freue mich auch auf den zweiten, wenn er denn kommen soll, ein paar Jährchen. Das war es jedenfalls zum Film, wir sind auf knapp eine halbe Stunde gekommen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert uns, und es verabschieden sich euer Jacky, Eddie, und Schinto. Ciao, ciao. Ciao. Adios.